Wie es mir geht? Ach, heute eigentlich ganz gut. Gestern war es schlimmer. Die Langeweile tritt so allmählich ein. Aber doch, insgesamt hat es ganz gut aus hier in der Quarantäne. Wie ich Medizei vertreibe. Also, was mache ich denn? Ich spiele seit langem mal wieder Klavier. Habe ich mal wieder angefangen, ein bisschen was Neues zu lernen. Haben jetzt mit allen aus der WG hier Yoga angefangen. Genau, natürlich alles drin. Laufen gehen wir auch manchmal, ein bisschen joggen. Ja, und wir schauen Netflix, machen auch übermäßig viel Sport, sag ich mal. Also, wenn wir das vergleichen zu dem, was wir vorher gemacht haben. Genau, machen ein bisschen Workout. Was soll ich noch was sagen? Du hast jetzt gerade von der WG gesprochen. Kannst du mir gerade mal ein bisschen erzählen, wie so das allgemeine Stimmungsbild hier ist? Das allgemeine Stimmungsbild. Ich würde sagen, aufgeheizt. Nein, Spaß. Ja, man merkt dann schon, dass wir irgendwie alle echt den ganzen Tag jetzt aufeinander hocken. Als ich nach Uni war, da saßen wir schon alle abends mal zusammen und haben irgendwie Netflix geschaut oder Spiele gespielt oder sowas. Das kommt jetzt zwar auch noch vor, aber ich würde sagen, die Leute ziehen sich auch ein bisschen mehr in ihr Zimmer zurück und verbringen da ein bisschen Zeit, weil sie ein bisschen Zeit für sich alleine brauchen. Weißt du, wenn ich mir aussuchen könnte, wer hier aufziehen muss, dann wärst du das. Aber sonst, ich würde sagen, wir verstehen uns immer noch gut und läuft super.